Das ist mir auf jeden Fall noch wichtig, das zu sagen, dass ich mich bei meinem gesamten Vorstand, bei Murat Karadja, Sascha Jagos und meinem gesamten Team bedanke für die Unterstützung, für die geile Unterstützung, die bis jetzt hier war. Die widrigen Umstände, die wir hatten, der ganze Druck von außen, von den ganzen Leuten, weil es einfach eine Pflicht war, hier aufzusteigen und die Jungs wirklich allerhöchsten Respekt verdient haben, die das grandios bis jetzt gemacht haben und Chapeau dafür. Ich danke einfach, dass ich ein Teil von Neubrück sein durfte bis hierhin und ich hoffe, dass wir die nächsten drei Spiele noch erfolgreich gestalten, vielleicht als Meisteraufsteig, aber das ist jetzt in diesem Moment einfach scheißegal, weil wir sind aufgestiegen. Glückwunsch an Viktoria Köln auch, die auch ein tolles Jahr hinter sich haben. Alles Gute auch dahin, vielleicht sieht man sich jetzt im nächsten Jahr irgendwo wieder. Bis zum nächsten Mal.